Ich habe neulich den schlechtesten Ratschlag seit langem zum Thema Programmieren lernen gelesen. Unter einem YouTube-Video stand, Im Prinzip ist es ganz einfach. Es reicht, wenn du geduldig bist und jede Woche codest. Du musst einfach mit sehr viel Ausdauer über einen langen Zeitraum hart arbeiten. Nein, einfach nein. Ich meine, natürlich ist Durchhaltevermögen wichtig, verstehe mich da nicht falsch. Aber es reicht nicht, einfach nur sehr viel Arbeit über einen sehr langen Zeitraum zu investieren, um programmieren zu lernen. Es gibt einfach noch ganz viele Sachen, auf die man achten muss, wenn man programmieren lernen möchte. Das ist genauso, wie wenn ich dir sagen würde, um deinen Traumkörper zu bekommen, musst du einfach sehr viel über einen langen Zeitraum ins Fitnesscenter gehen. Natürlich musst du viel zum Sport gehen, keine Frage. Aber da gehört einfach noch ganz, ganz viel dazu. Es bringt nichts, wenn du 365 Tage hintereinander ins Gym gehst und immer mit derselben 1-Kilo-Hantel rumhantierst. Und beim Programmieren lernen ist das Ganze genauso. Es stimmt natürlich, dass du Geduld mitbringen musst und auch, dass du über einen längeren Zeitraum hart arbeiten musst. Aber als Programmierlehrer kann ich dir sagen, dass es einige Dinge gibt, die noch wichtiger sind. Du musst beispielsweise unbedingt weitermachen, wenn es hart wird. Du wirst definitiv, wenn du programmieren lernst, früher oder später an den Zeitpunkt kommen, da wirst du Dinge nicht verstehen. Und da wirst du auch mal ein paar Tage brauchen, um wirklich komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Und wahrscheinlich wirst du auch mal ein paar Tage lang an deinem Code arbeiten und überhaupt nicht weiterkommen. Und nach zwei, drei Tagen wirst du alles wieder löschen, von Anfang an anfangen. Und erst dann macht es irgendwann Klick und du verstehst, okay, es geht weiter. Das musst du einfach wissen. Und auch wenn es mal so hart wird, darfst du nicht aufgeben, sondern musst weitermachen. Sonst hast du keine Chance. Punkt Nummer zwei, du musst wissen, was du lernst. Wie du beim Beispiel mit der 1-Kilo-Hunte gesehen hast, bringt es nichts, den ganzen Tag, einfach jeden Tag ins Fitnesscenter zu gehen und mit einem Kilo Gewicht zu trainieren, ohne ein konkretes Ziel zu haben. Auch beim Programmieren solltest du dir ein Ziel aussuchen und das sollte ein Berufsbild sein. Das heißt, überlege dir nicht, welche Programmiersprache du lernen möchtest, sondern welches Berufsbild du lernen möchtest. Das heißt zum Beispiel das Berufsbild des Webentwicklers. Wenn du Webentwickler werden möchtest, dann würde ich mir erstmal ein paar Stellenausschreibungen angucken und gucken, was ist da verlangt. Und da wird nicht nur eine einzige Programmiersprache verlangt sein, sondern ein sogenannter Tech-Stack. Das heißt eine Sammlung von fünf, sechs Technologien, die du als Webentwickler können solltest. Da gehört sowas dazu wie HTML, CSS, JavaScript, Git, vielleicht noch irgendwie das Umgehen mit REST-APIs, dann noch ein JavaScript-Framework wie Angular oder React. Und wenn du das alles beherrschst, dann kannst du dich als Webentwickler bezeichnen. Das heißt, gucke, was ist für mein Berufsbild relevant und lerne dann diese Technologien. Wenn du das beachtest, dann wirst du auch gleich den dritten Punkt beachten. Und zwar springe nicht immer hin und her. Viele Leute machen nämlich den Fehler, dass sie ein bisschen JavaScript lernen, bis sie zu dem Punkt kommen, wo es zu hart wird. Und sie verstehen einfach nicht mehr, was da jetzt genau der Fehler ist und warum sie das Problem nicht lösen können. Und was machen sie dann? Sie fangen an mit Python. Und denken, ja, okay, Python ist vielleicht jetzt deutlich einfacher. Dann merken sie auch in den ersten zwei, drei Tutorials, ja, scheint wirklich leicht zu sein, bis sie wieder zu dem Punkt kommen, wo es kompliziert wird. Und so geht es dann immer weiter. Dann fangen sie an mit PHP, mit C++, mit C Sharp und so weiter. Machen Programmiersprache nach Programmiersprache, aber gehen nie wirklich in die Tiefe, weil sie immer irgendwann an die Stelle kommen, wo es hart wird. Deswegen entscheide dich für einen Weg, für eine Sache und ziehe diese Sache dann durch. Und ich kann dir versichern, egal welchen Weg du gehst, irgendwann wird es immer hart werden. Aber du musst dann halt einfach weitermachen und durchziehen, denn das ist bei jeder Programmiersprache so. Der vierte Punkt, den du unbedingt beachten solltest, wenn du eine neue Technologie lernst, ist, baue Projekte, keine Tutorials. Was meine ich damit? Es ist natürlich okay, wenn du jetzt HTML anfangen möchtest oder JavaScript anfangen möchtest, erstmal ein, zwei Tutorials dazu auf YouTube zu gucken. Aber viel mehr dann nicht. Du solltest dann sofort anfangen, deine eigenen Projekte zu machen. Das heißt, überlege dir ein Projekt wie beispielsweise eine Notiz-App, eine To-Do-Liste und so weiter und so fort. Da haben wir jede Menge Ideen schon auf diesem YouTube-Kanal und programmiere das Ganze dann einfach selber. Natürlich wirst du da an deine Grenzen kommen, aber es ist viel sinnvoller, für die einzelnen kleinen Sachen, die du nicht verstehst, Tutorials anzugucken oder einfach mal nachzugoogeln, anstatt einfach stumpf ein, zwei oder drei Stunden lange Tutorials nachzuprogrammieren. Danach wirst du immer noch keine eigenen Projekte machen können. Und nur, wenn du eigene Projekte baust, wirst du lernen, selbstständig Fehler zu lösen, was halt als Programmierer unglaublich wichtig ist. Und vor allen Dingen baust du dir auch dein eigenes Portfolio mit auf. Und das ist auch etwas, was du unbedingt brauchst, denn wenn du dich irgendwann bewirbst, dann solltest du ein Portfolio haben an fertigen Projekten, die du selbstständig gebaut hast, die du vorzeigen kannst. Und wo du sagen kannst, hey, ich eigne mich für diesen Job, denn ich habe hier schon fünf Projekte gemacht mit genau den Technologien, die ihr verlangt. Und wenn du mal Tutorials machst, weil dich eins besonders interessiert, dann empfehle ich dir auch, das Tutorial nicht eins zu eins so nachzumachen, wie du es siehst im Video, sondern deine eigenen Wege zu gehen. Das heißt, wenn du ein Tutorial für eine Wetter-App machst, dann baue vielleicht auch mal die Google Maps API mit ein und lass dir den Standort anzeigen. Vielleicht machst du noch mal ein, zwei andere APIs, also Programmierschnittstellen, die du einbindest, um vielleicht das Wetter von woanders anzuzeigen oder irgendetwas anderes zusätzlich noch anzuzeigen. Oder du versuchst mal ein anderes Design umzusetzen und versuchst, dich da ein bisschen selbstständig auszutoben und neue Funktionalitäten hinzuzufügen. Aber nicht eins zu eins nachprogrammieren. Der nächste Punkt ist eigentlich der wichtigste, denn ohne den wirst du niemals einen Job bekommen. Und zwar bewirb dich, auch wenn du dich noch nicht dazu bereit fühlst. Was meine ich damit? Egal, wie lange du programmieren lernst, ob du drei Monate programmieren lernst, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate programmieren lernst, ist vollkommen egal. Du wirst dich definitiv nicht bereit fühlen für deinen ersten Job. Ja, denn programmieren ist einfach so, egal wie viel du lernst, du wirst immer begreifen, wie wenig du eigentlich kannst. Das ist ganz normal. Das geht selbst mir noch so. Je mehr man lernt zum Thema Programmieren, desto mehr merkt man eigentlich, was man alles noch nicht kann. Deswegen betrachte deinen ersten Job auf keinen Fall als einen Job, wo du bereits alles können musst, sondern betrachte deinen ersten Job als einen Job, wo du bezahlt wirst fürs Lernen. Es ist ganz normal, dass du noch nicht alles kannst und dass du in dem Job dich einfach noch weiterentwickeln musst. Ich meine, das heißt ja nicht, dass du keinen Mehrwert stiften wirst in der Firma. Du kannst ja schon einiges. Du hast ja schon wahrscheinlich vier, fünf Projekte gebaut, bevor du dich bewirbst, mit genau den Technologien, die in der Firma verlangt werden. Und dementsprechend wirst du in der Arbeit gute Arbeit auch verrichten können und wirst einen guten Job da machen. Aber das heißt lange nicht, dass du dort nicht mehr lernst, sondern du lernst die ganze Zeit im Job, aber du wirst halt dafür bezahlt. Und auch der letzte Punkt ist extrem wichtig. Egal, was du gerade lernst, du brauchst einen Experten, der dir über die Schulter guckt und der dich berichtigt. Das heißt, wenn du programmierst, solltest du jemanden haben, der sich deinen Code anguckt und einfach guckt, ob der professionell geschrieben ist. Das heißt, der guckt einfach nach, machst du so gängige Anfängerfehler, ist dein Code vielleicht ineffizient, sieht der Code einfach extrem unsauber aus und was kann man daran verbessern. Und wenn ein Experte jeden Tag oder alle paar Tage über deinen Code rüber guckt und einfach dir Feedback gibt, kontinuierlich, dann wirst du so typische Anfängerfehler gar nicht mehr machen. Und außerdem kannst du dann auch immer nachfragen, wenn du etwas mal nicht begreifst und schnell jemanden brauchst, der dir das Ganze erklären kann. Genau das Gleiche machen wir ja auch bei uns in der Weiterbildung. Das heißt, wenn du alleine nicht weiterkommst und sagst, okay, ich möchte gerne Berufsprogrammierer werden und ich möchte gerne den Quereinstieg schaffen in meinen ersten Job, dann klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren und da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können und ob wir dich in deinen ersten Job in der IT bringen können, so wie schon Dutzende vor dir. Vielleicht sehen wir uns schon bald persönlich. Ansonsten sehen wir uns natürlich wieder im nächsten YouTube-Video. Mach's gut, dein Yunus.